Kurz und knackig, Werbespot. Willkommen im MoClip Videoblog. In der Kategorie Videotypen wollen wir nun den Werbespot beleuchten. Der Werbespot ist ein sehr kurzes Video mit einer Länge von 20 bis 60 Sekunden, der in der Regel verwendet wird, um ihn im Fernsehen, im Kino oder im Internet zu schalten. Natürlich sind auch die Verwendungen in den sozialen Medien oder auf der eigenen Webseite denkbar. Der Werbespot soll ein Produkt oder eine Dienstleistung sehr oberflächlich umreißen und hat keinen Anspruch darauf, vollständig zu sein. Dafür fehlt ganz einfach die Zeit. Es geht mehr um das Was als um das Wie. Das heißt, vor allem die Unique Selling Points spielen dabei eine große Rolle. Der Werbespot soll einen Anreiz schaffen, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und ruft ganz klar zur Handlung auf. Der Fokus liegt dabei in der Regel auf einem Produkt, teilweise auch auf Produktgruppen. Dann entsteht aber meistens kein Vergleich unter den einzelnen Produkten. Der Werbespot ist definitiv die kürzeste Videovariante, die sehr, sehr kompakt und sehr verdichtete Informationen beinhaltet und trotzdem nicht vollständig sein muss.